Im Albstädter Doppelmordprozess vor dem Hechinger Landgericht ist das Urteil gefallen. Der 53-jährige Angeklagte wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellte außerdem eine besondere Schwere der Schuld fest und verordnete eine vorbehaltliche Sicherungsverwahrung. Wie bereits mehrfach berichtet, hatte der Mann im vergangenen Dezember in Albstadt seine Nichte erdrosselt und daraufhin einen Freund des Opfers erschossen. Während des Prozesses kam heraus, dass er noch weitere Freunde seiner Nichte hatte töten wollen. Das Motiv soll Rache für einen Diebstahl gewesen sein.